Hallo ihr Lieben! Na, wie geht's euch? Ich freue mich, dass ihr das Video angeklickt habt und möchte erstmal sagen Daumen hoch dafür, dass ihr Interesse daran habt, mehr Tipps zu bekommen. Heute zu dem Thema 5 Tipps zu strahlender Haut. Ganz ehrlich, ich finde es cool, dass ihr euch die Zeit gerade dafür nehmt, weil das zeigt einfach, ihr habt Interesse an euch und an einem qualitativ gutem Leben und ich glaube dafür sind wir ja alle auf der Welt, wir wollen glücklich sein und uns wohlfühlen. Okay, hier kommen die Tipps. Bestimmt kennt ihr sie schon, aber manchmal tut es ja auch einfach gut, wenn man es nochmal hört. Allererster Tipp, viel Wasser trinken. Ich weiß ja, ich schaffe das vielleicht nicht, seid mutig. Ich rede hier aber auch von stillem Wasser. Ohne Abgase drin, ohne irgendwelche Zusätze und selbst wenn ihr sagt, ich möchte gern mal was mit Geschmack haben, dann bitte macht euch die Mühe, werft eine Scheibe Zitrone, Limette rein, ein bisschen Minze, Gurke, vielleicht ein bisschen Ingwer. Macht einfach selber den Geschmack rein und verzichtet auf das, was die Industrie euch hinstellt. Denkt immer daran, die wollen euch süchtig machen danach, damit ihr mehr konsumiert, mehr kauft und damit noch mehr Chemie in euch reinpumpt. Deswegen stilles Wasser reinigt euch von innen. Das ist die Dusche von innen. Und das 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Könnt ihr euch ausrechnen jetzt. Tipp 2. Jetzt wird es hart, sage ich gleich. Ganz, ganz, ganz viel Gemüse und Obst essen. Ich sage mit Absicht Gemüse an erster Stelle. Das entgiftet, das räumt die freien Radikalen aus eurem Körper, das reinigt die Poren, das tut alles richtig rausschwemmen. Zum Wasser viel, viel Gemüse und das sollte auch noch voll reif sein. Ich rede hier von, Obacht, sieben bis zehn Händen am Tag. Denkt immer dran, auch das, was wir im Supermarkt kaufen können, ist oft unreif geerntet. Deswegen die Menge, die wir zu uns nehmen, ist wirklich so exorbitant groß geworden mittlerweile. Aber seid es euch wert und geht es an. Tipp 3. Ich muss selber nachzählen nicht, dass ich vier Finger hoch halte. Tipp 3 ist Entspannung. Holt euch im Alltag Momente für eure Auszeit und ganz wichtig bei Tipp 3, schlaft genügend. In der Nacht werden eure Zellen regeneriert, wird die Haut, Nägel, Haare frisch gemacht. Wenn ihr also immer im stressigen Alltag seid und wenig Schlaf habt, immer unter Anspannung seid, verursacht ihr auch einfach, dass das euer Hautbild widerspiegelt. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Es ist teilweise wirklich schwierig. Ich habe auch einen sehr vollgepackten Alltag, das hinzubekommen. Aber seid mutig und geht es an. Es lohnt sich. Die Leute werden schon, wenn ihr auf einmal mit, wenn ihr 1, 2, 3, jetzt verspreche ich mich auch noch, euch mutig eine Stunde mehr Schlaf gönnt, werden die Leute euch nach einer schon kurzen Zeit fragen, Mensch du strahlst auf einmal so. Deswegen, ihr seid regenerierter, leistungsfähiger und ihr seht einfach toller aus. Okay? Die ersten 3 Tipps schon gemerkt? Sehr gut. Dann kommt jetzt Tipp 4. Zucker, der böse Zucker. Er ist ebenfalls in so gut wie jedem weiterverarbeiteten Lebensmittel. Hier wieder das Thema, Zucker ist ein Suchtmittel, deswegen wird es überall mitverarbeitet. Schaut kritisch auf die Produkte, die ihr kauft. Umso höher Zucker oder irgendwelche Produkte, die auf Ose enden, Dextrose und so, in der Zutatenliste umso höher stehen, umso mehr ist in dem Produkt auch drin. Ihr könnt euch einfach mal angucken, die Zutatenliste und gucken, was auf 100 Gramm des Produktes an Zucker drin ist. Ein Stück Würfelzucker sind ca. 3 Gramm. Jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, was z.B. in eurem Joghurt an Würfelzucker drin ist. Seht es kritisch. Versucht es wirklich mal ein bisschen zu reduzieren, damit einfach euer Körper auch besser regenerieren kann. Und bei der Sache Zucker ist auch ganz, ganz wichtig, die Sache Obst, weil da ist ganz viel Fruchtzucker drin. Okay? Auch Fruchtzucker ist Zucker, deswegen kritisch betrachten und viel Gemüse essen. War Tipp 2 gewesen. Ja? So, vier Tipps hatten wir jetzt gerade. Jetzt kommt der fünfte Tipp. Und der fünfte Tipp ist Hautpflege. Ich weiß nicht, wie es den Männern geht. Ich kann jetzt nur aus persönlicher Erfahrung sprechen. Nehmt euch die Zeit, wirklich abends vorm Schlafengehen Wie gesagt, nachts regeneriert alles wirklich, eure Haut noch mal zu reinigen. Viel klares Wasser, eine milde Reinigungslotion. Keine harten Chemieblocker. Okay? Mild, viel Wasser. Und ganz, ganz wichtig, wenn der Sommer kommt oder ihr vielleicht auch sogar mal ins Solarium oder irgendetwas geht, oder ihr einen tollen Sommerurlaub auf einer warmen Insel macht, dann nehmt euch einen Lichtschutzfaktor, der sehr hoch ist in der Sonnenmilch mit. Okay? Ihr werdet trotzdem braun, aber viel schonender und es wird eure Haut gut tun und ihr werdet toll und knackig danach aussehen. So, das waren meine 5 Tipps und jetzt kommt das kleine Plus zu den 5 Tipps für eure strahlende Haut. Nehmt euch eine Challenge für einen Monat vor. Wenn ihr sagt, ich bin ein schlechter Trinker, dann nehmt euch für einen Monat vor, mehr zu trinken. Macht euch Klebezettel, macht euch eine App aufs Handy. Wie oft spielen wir alle am Handy rum? Und übt es 30 Tage und dann nehmt ihr euch erst das nächste vor. Das dauert vielleicht ein paar Monate länger, alles in euer Leben zu involvieren, aber so bleibt es dauerhaft. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ich würde mich ganz doll freuen, wenn es euch was gebracht hat, das kleine Video. Wenn ihr mehr wissen wollt zu solchen Themen, gesunde Ernährung, Lebensweise, Motivation, Sport, dann drückt bei unserem YouTube-Kanal einfach Abonnieren, liked dieses Video, folgt uns auf Facebook und jetzt kommt der wichtigste Tipp überhaupt, schreibt uns eine Nachricht oder ladet euch gleich unser E-Book runter mit ganz, ganz viel wertvollen Tipps zu einer gesunden Lebensweise. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in eurem Leben.